Hallo Leute, willkommen zurück zu Happy Wheels. Wir fangen mit dem Level von First Down Productions an. Super Swing. Ich habe das Ganze jetzt nach Play konzertiert. Einfach um nochmal eben die Highlights der Woche zu zeigen. Ja, wäre auch mal nett, wenn ich da rein könnte. Mein Gott, jetzt lass mich da rein. Lass mich da rein. Geht doch. Ah. Hui. Ja. Aua. Super Nubi. Ja toll. Wie soll man das denn machen? Okay. Dann warte ich erstmal eine kleine Runde. Und. Oh, der war glaube ich ganz okay. Immer noch nicht. Holy Gangnam Style. So. Ja, ja, ja. Vielleicht noch ein bisschen flacher. Ja, verdammt. Jetzt sind wir auf jeden Fall bei Holy Gangnam Style. Gut. Ich warte jetzt einfach mal ein bisschen. Vielleicht wird das ja noch ein bisschen schneller. Und. Oh, shit. Okay. Okay. Das war ein bisschen zu früh. Geduld. 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 Und. Hui. Ja, das war viel zu hoch. Ich glaube nicht, dass das gut. Nee. Gut. Okay, doch. Gut war es anscheinend doch. Aber ich möchte schon eigentlich ganz rechts landen. So. Und. Wow. Der war flach. Nein. Wie kann das denn sein? Wie kann ich denn dann trotzdem noch links neben Gangnam Style landen? So, vielleicht. Und. 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 Aua. Schon wieder bei gut. Okay. Ich warte jetzt ein bisschen länger als sonst. Vielleicht bringt das ja irgendwas. So. Nein. Oh, shit. Zeitlupe. Oh, bullshit. Ich schau ja. Nein. Oh, shit. Ja. Ich sag nur. Oh, shit. Okay. Jetzt schaffen wir es aber. Wir werden ein bisschen länger warten. Und ich glaube. Dann. Wird das was. So. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Und. War viel. Viel zu früh. So schwer kann es doch echt nicht sein, Mann. Oh, Timmy. Nein. Lol. What the fuck? Der hat mich da echt runter bekommen. Nein. Was soll das denn? Wie bitter. Der arme Kleine. Und. 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 Das war viel zu hooooch. What the fuck? Wie kann ich denn. Wie kann ich denn. So nach oben fliehen. Dass ich mich keinen Zentimeter nach vorne bewege. Wie habe ich das denn mit hinbekommen? Also. Das war jetzt gerade echt eine Kunst. Und. Und. Ja. Das. Na. Obwohl. Toll. 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 Einfach viel zu schwer. Possible Level. Okay. Lol. Okay. Warum hat sowas so viele Views? Wow. So schwer war es jetzt auch nicht. Moment. Ich schaffe da bestimmt direkt wieder. Ja. Total einfach. Und unnötig. Rainbow Runner. Nein. 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 Oder Nian. Och Gott. Nein. Kein Glas. Bitte nicht. Boah. Bitte nicht ey. Da habe ich noch keinen Bock drauf. Boah. Kann doch mal bitte einer zerschlagen. Ja. Nein. Oh fuck. Mann. Oh. Shit. Nein. Ja. Okay. 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 Ein bisschen weiter nach vorne noch. Pass auf. Pass auf. Gut. Ich habe es geschafft. Oder auch nicht. Verdammt. Ach komm. Wer will denn sowas? Oh. Nein. Cat. Wer hätte es gedacht? Alter. Wow. 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 Tada. Ich würde ja jetzt eigentlich gerne im Moment. Jetzt muss ich da echt nochmal durch. Aua. Aua. Haha. Okay. Nee. Schade. Da muss ich mal gucken, wo ich gleich, äh. Nine Cat. Vieh herbekommen für das, für das Sumpteil. Ähm. 99% Impossible von Sansas. Was ist das denn? Komm, nehmen wir mal den Rollstuhl, Mann. Oh Gott. Was ist das denn? Okay. Nee. Dann. Warte mal. Nehmen wir den hier mal. Hallo? Ja klar. Erst wo ich mit dem Kopf nach vorne... Ja, natürlich. Natürlich. Nein. 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 Ah, shit. Okay. Dann, warte mal. Nehmen wir einfach mal die Frau und schleudern das Kind nach vorne. Ja, natürlich. Verdammt. Nein, nein, nein. Ah, shit. Okay, wie bekomme ich es hin, das Kind so zu opfern, das... Alter. Nein. Ruhig nach vorne. Mit dem Kind. Ah, dann nicht in mich rein. Oh, lebe ich noch? Tch, 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 tch... Ja. Okay. Okay. Ich bewege mich, obwohl ich mich nicht bewege. Interessant. Ey. Das muss doch irgendwie machbar sein. Oh, wie ich immer zerfleischt werde. oh shit verdammt verdammt ja okay ich geh mal an die grenze oh so geht's also auch okay natürlich natürlich mal los geh doch auf das kind was sogar noch lebt hier oh shit sie lebt noch nein nein verdammt das kleine Kind so vielleicht schaffe ich's da jetzt noch hoch ach komm kein Bock und und nee das wird nix oh shit komm ich da noch durch ne okay oh okay ey sag mal muss das sein sag mal das ist es doch nicht warte mal ich hab ne ganz einfache Möglichkeit glaube ich wie ich da durchkomme mal ja okay ach komm schon jetzt geh da rein geh da jetzt rein okay drei versuche noch ich okay okay es geht so einfach mal einfach mal okay nice einfach mal drumherum nein nicht rein nein oh oh fuck und jetzt ja 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 ich hab's echt hinbekommen ich hab's geschafft gut äh spotrun extreme version 2 von schau 1313 alter jetzt komm ich hab doch kein bock okay das ganze immer so zu strecken damit soll er nicht nur daraus bestehen alter zu warten dass da level läuft oh shit okay nochmal von vorne meine güte meine güte ja was ist das denn ach da war schon das ziel also eigentlich hab ich's ja jetzt hinbekommen mein gott mein nein es ist ich lebe noch nein halt dich fest gleich werde ich keine kraft mehr dazu haben oh okay noch mal okay Timmy ist tot oh oh meine beine meine beine ja oh glück gehabt richtig viel glück gehabt gut dann obwohl komm dann nehmen wir noch das vom cocky pot mit cocky pot okay nein oh nein ich will's ich will's wieder haben gib mir den ball genau four balls hoa oh winning wenn ich's denn schaffe oh shit oh shit oh nein 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 fuck fuck ach du kacke nein meine beine egal egal ich will's nochmal machen ich hab grad irgendwie lust darauf Bälle rumzuwerfen ja toll viel zu einfach komm wir nehmen den ball mit los nimm ihn mit komm jetzt komm jetzt nimm den ball ja ich hab ihn noch ich hab ihn noch mit mit meinen letzten mit meiner letzten hand alter oh 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 nein oh shit ich konnte ihn mitnehmen ich hab's überlebt gut dann nehmen wir zu guter letzt noch das level von fatboy 12345 das sieht doch auch oh gott wurde auch relativ oft gespielt ja also wär schon nett wenn du mich da jetzt mal reinlassen könntest alter ist okay gut it's time for hard funny and na na was oh what the fuck los fahr fahr oh gott schneller nein boah natürlich komm drei zwei oh gott ich ich bekomm's nein komm spreng mich weg hallo ja was okay da haben wir schon mal die lösung der jim hat das spiel entwickelt oh oh na oh lol das sind ja reale dinger oh 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 ich hab nein ich hab doch gar nichts gemacht oh shit warum warum wtf eine bombe reicht doch ja natür natürlich okay okay wow 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 ja wie okay okay dann würde ich sagen war's das mit dem heutigen part ich denke ich werde das level dann gleich nochmal im nächsten part anspielen ausnahmsweise mal wenn ihr mehr sind wollt besucht den kanal wäre nett wenn ihr noch kurz eine bewertung dalassen könntet bevor ihr das video wegklickt wir sehen uns beim nächsten part bis dann tschüss uah